Sie haben sich heute für die Elektra entschieden, wieso? Naja, es ist die Eröffnung der Salzburger Festspiele quasi. Es ist ein ganz tolles Zeichen für Europa, für die Welt, dass diese Festspiele stattfinden, unter natürlich sehr schwierigen Bedingungen heuer. Aber es ist irgendwo auch ein Zeichen der Hoffnung und wir müssen alle vorsichtig sein. Deshalb sind wir auch alle mit Maske unterwegs. Hatten Sie auch Angst, es ist wahrscheinlich zu viel, aber hatten Sie Bedenken, hier nach Salzburg zu kommen und zu den Salzburger Festspielen aufgrund der Corona-Situation? Für mich als Salzburgerin ist es eine große Freude, dass diese Festspiele trotzdem stattfinden. Ich habe die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourova, hier. Ich freue mich sehr, dass sie dieser Einladung auch in diesen schwierigen Zeiten gefolgt ist und wir wollen ein Zeichen in die Welt schicken.